also ich bin doch der vater natürlich bist du aber irgendwie unsicher was eigentlich bin unsicher und nicht unsicher hast du mich deswegen versetzt ob du mich deswegen am flughafen versetzt hast was nein ich habe angerufen weil ich wollte dass du mich abholst ja du hast mich aber eben nicht angerufen mit diesem scheiß handy aufhören ich komme nach sechs monaten aus afrika zurück nach sechs monaten harter arbeit und du empfängst mich so wie entschuldige das leo so 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 Bis zum nächsten Mal.